Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt, die ihr ganz einfach freischalten könnt, indem ihr einen Weltauftrag abschließt. Der Errungenschaft heißt felsenfeste Unnachgiebigkeit, hilft den Medeliten dabei den illegalen Handel der Eisensalzbande zu untersuchen. Der Weltauftrag hierfür ist ein kleines bisschen versteckt, aber es ist nicht sehr schwierig. Der Weltauftrag heißt Vertrag und Salz und er wird auf der Karte nicht direkt angezeigt, aber ihr müsst letztendlich einfach nur euch zu diesem Teleportationspunkt teleportieren und diesen Weg hier runter gehen und auf dieser Höhe findet ihr ein Lager. Dort kämpfen Schatzräuber gegeneinander, ihr müsst dann einfach eingreifen und die einzigen Schatzräuber, denen ihr Schaden machen könnt, die müsst ihr quasi besiegen und dann staltet der Weltauftrag, dann müsst ihr einfach den Weltauftrag durchspielen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen, solltet ihr doch Probleme bekommen aus irgendeinem Grund, dann einfach nach Vertrag und Salz suchen. Habe ich natürlich auch ein Video drüber über den Weltauftrag und wenn ihr den abgeschlossen habt, bekommt ihr dann die Errungenschaft. Das war alles, was ihr machen müsst. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, ein Abo von euch freuen, wünsche euch viel Erfolg mit der Errungenschaft und wenn ihr Hilfe bei weiteren Errungenschaften braucht, schaut auf jeden Fall in die Playlist in der Videobeschreibung. Da sind alle meine Errungenschafts-Videos verlinkt und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.